Hallo Zwilling, Zwilling, Liebesbotschaft von deinem Herzensmenschen, seiner Seelenverbindung, mit Kontakt, ohne Kontakt, ob du diesen Menschen kennst oder nicht kennst. Deine Seele hat eine Verbindung hergestellt mit einer anderen Seele, das nennt man einen Verbindungsprozess auf Seelenebene, die nichts mit dem menschlichen Kontakt zu tun hat. Wir wollen einfach mal schauen, für all diese Menschen, die eine Situation in der Liebe haben und etwas mehr Klarheit möchten. Die Seele von dieser Person möchte dir sagen, lasse das Strahlen unserer Liebe auf Erden wirksam werden und wahr werden. Das heißt, eine Seele, die du vielleicht schon kennst, nach der du dich sehnst, möchte dir sagen, auch wenn jetzt gerade der Weg nicht so easy ist, auch wenn du mich gerade nicht riechen kannst, nicht schmecken kannst, nicht fühlen kannst, nicht sehen kannst, auch wenn du gerade noch nicht in der Frequenz bist, mich zu empfangen, dein Strahlen, deine Energie, deine Liebesaufopferung, deine Bereitschaft in die Liebe zu gehen, diese Seelenfrequenz zuzulassen, diesen Menschen anzuziehen, ist die Grundbasis und das Wichtigste, damit sich hier eine Annäherung geben darf. Die Seele von diesen Menschen möchte sagen, dass unsere Liebe, also eure Liebe, zum gegebenen Zeitpunkt auf terenaler Ebene nicht nur wirksam wird, nicht nur sichtbar wird, sondern auch mit Erfolg gekrönt ist. Aber es bedarf einem kleinen Prozess von beiden, mit Hilfe oder ohne fremde Hilfe. Aber hier geht es darum, eine Seelenverbindung sagt, ich sehe dich, ich erkenne dich, ich bin bereit, aber es geht darum, dass du in einer Frequenz sein darfst, wo dein inneres Licht, dein äußeres Strahlen wichtig sein wird und deine Konsequenz, um in diesem Flow auch weiterzukommen. Brauchst du Hilfe, private Legung, zielorientierte Therapie, Rituale, Liebesrituale, Wegöffnung, Blockadenlösungen, Heilungen von emotionalen, mentalen, körperlichen Krankheiten, schreib mich an, in meinem System, in meinem Sein geht es nicht nur um das Tarot, sondern um die Heilung generell für jeden einzelnen Menschen. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns, Zwilling. Bye!